Zärtlich begrüßen ihn seine Fans. Johnny Halliday, Frankreichs exzentrisches Beat-Idol auf seiner Deutschland-Tournee. Zum ersten Mal präsentiert der stets fantasievoll gekleidete und wegen seines Temperaments und seines Zartgefühls gleichermaßen geschätzte Popsänger seine Show dem deutschen Publikum. Nach der heißen Show auf der Bühne ein kühles Bier in der Pause. Johnny weiß, wie er die schwarzen Vögel, seine 13-köpfige Band, wieder in Stimmung bringt. Dem Star aber geben Sauerkraut und Stampfkartoffeln die nötige Kraft für den Höhepunkt des Abends. Mit Bonnie & Clyde feiert Johnny Triumphe. Bei seinem ersten Auftritt vor acht Jahren pfiffen ihm die Franzosen aus. Ein Jahr später aber hatte sich Johnny als französischer Elvis Presley Paris erobert. Heute künden 15 Millionen verkaufter Platten von seinem Ruhm. Für seine raffiniert dargebotene Show kassiert Halliday 20.000 Mark pro Abend. Der Veranstalter aber klagt, nur die Hälfte der erwarteten Besucher kam und zahlte für 60 Minuten Ekstase mit Johnny Halliday. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.